Eine starke Schiene. Mehr fahren, weniger belasten. Mit der Ausbaustrecke 38. Für Südostbayern, für das Klima, für die Menschen. Mitten auf der historischen Paris-Budapest-Magistrale wird die 150 Jahre alte und 150 Kilometer lange Strecke von München bis Freilassing zweigleisig ausgebaut und inklusive Abzweig nach Burghausen elektrifiziert. Dieselzüge gehören somit bald der Vergangenheit an. Bis 2030 wird die Strecke ausgebaut. Mehr Verbindungen im Nahverkehr und neue Möglichkeiten für unsere Industriestandorte und den Güterverkehr in der Region. Wir machen die Schiene stark und entlasten gleichzeitig Mensch und Natur durch das erhebliche Senken von CO2-Emissionen. Mehr Mobilität, weniger Lärm. Mit Schallschutzmaßnahmen, leiseren E-Loks und Flüsterbremsen reduzieren wir das Lärmaufkommen in der gesamten Region. Nicht zuletzt setzen wir auf ganzheitliche Modernisierung. Barrierefreiheit und neue Brücken machen die Schiene attraktiver und sicherer. Wir stärken die Region, machen sie fit für moderne Mobilität und bauen eine europäische Verbindung ersten Ranges aus. Für Südostbayern, für das Klima, für die Menschen.